Hallo und willkommen bei Leka. Heute bin ich wieder im Auto, weil wir haben von gestern auf heute eine Katze sozusagen bekommen. Und die haben wir heute abgeholt und sie ist ganz still. Wir fahren jetzt zum Tierarzt. Durchgecheckt, gesundheitlich und grundimmunisiert. Sie hat jetzt im Auto noch nicht wirklich mehr Haut. Nein, gar nicht. Ganz ruhig ist das. Sicher genauso brav wie die, die wir jetzt haben. Und dann sind sie endlich zu zweit. Ja. Darauf freuen sie sich auch. Alle beide Katze schon. Und die Ruby ist ja sieben Monate oder acht Monate alt. Sieben Monate. Und die hier ist fünf, glaube ich. Ja. Verstehe. Okay. Ich bin echt gespannt, wie das dann beim Tierarzt ist, ob nur einer mit kann mit rein. Aber ich glaube, Kinder werden nicht rein dürfen. Also ich werde wahrscheinlich im Auto bleiben. So, es gibt leider nur eine Begleitperson und ich glaube auch keine Katzen, äh, keine Kinder dürfen rein. Wir haben hier draußen gewartet. Ich habe meinen Papa und er, während die Kasse drin war. Und sie hat mir erzählt, dass sie fast gar nicht mehr Autor hat. Filmst du noch? Ja. 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 Ach so. Da bist du mir so ruhig, ich glaube, wenn man nicht drüber müssen, zu reden. Ich bin schon ruhig. Ne, Puppi? Oh, das ist ja gar nicht geholfen. Ne? Puppi dann. Ja. Da macht sie mir das. Ja, genau. Ja, was ist denn da drinnen? Ja, was ist denn da drinnen? Sein kleines Katzenmädchen ist da drinnen. Okay, dann filmen wir jetzt. Okay. Puppi. Und hier ist die drinnen. Ja. Ich werde jetzt den Kaffekt zum Klo hin dran. Ja? Und dann gehen wir mit dem Kaffekt. Puppi, was ist mit dir, was ist denn da? Ja, wer ist denn das? Komm, komm Puppi, komm, 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 Puppi, komm. Komm, komm, komm. Nehmt du sie raus? Ja. Möchtest du schon, dass es hier schon war? Aha, ob sie hier für die Kuffke ein Sandhasser kann? Das untere war nicht schön zu. Das macht ja nichts. So Puppi. Ja, ich lasse mal jetzt da mit mir drinnen, glaube ich. Nein, nein, die kreuzig fest. Darf ich's? Oh, das ist so. Oh, oh, das ist so. Was ist denn so, wie schakeli? Ja? Ja, ja, ja. Puppi bleibt noch weg. Ja, da ist ja, was ist denn so. Ich wisse aufs Klo, bitte. Ja, komm, so ja. So, wir werden sie wieder reintun und in den Keller und in den Käfig jetzt bei uns überstehen, ja? Oder halt? Ist es schon wieder? Aber dann können wir noch ein bisschen rechnen, ja? Ach, tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020